Leute, neue Spiele am Start. Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Test. Heute testen wir hier Agrarsimulator, historische Landmaschinen. Das ist das schlechteste Spiel auf ganz Steam, was Bauernhofspiele angeht. Das sind die schlechtesten Bewertungen von allen. Und das testen wir heute mal. Ich war sehr gereizt, hab 2 Euro dafür bezahlt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es die 2 Euro wert war, jetzt das schlechteste Spiel von allen zu testen. Wir gehen rein und gucken mal, was uns erwartet. Wir gehen nach Alpin hier. Das Spiel ist mir schon 4-5 Mal abgestürzt. Und, ja. Hä, was ist das? Keller? Ach, das seht ihr jetzt gar nicht, ne? Aber Keller, Scheune, Hühnerstall, Weide. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich klicke einfach mal auf 2x Milch oder so, oder auf Keller. Oder was ist das? Was wollen die von mir? Oh, guck mal, ich kann den Tag umstellen, oder was? Ich kann mich auch nicht drehen, oder so. Hä, warum kann ich mich nicht drehen? Ah, hä? Okay, ist schon eh eine Option gewesen zu sein. Es leckt. Wie Sau. Hä, jetzt geht gar nichts mehr? Hallo, ich hab mich auf Pause gedrückt. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, das ist das Spiel. Ich weiß noch nicht, was man hier machen muss. Aber es sieht interessant aus. Ich weiß noch nicht, wie ich den Pauseknopf gedrückt habe. Okay, das war... Ah, okay, das ist anscheinend ein Pauseknopf. Ah, wenn man das hält, dann... ...kommt hier irgendwas. Ich glaub, ich hab jetzt ein paar Tage geskippt, aber... ...egal. Wir laufen einfach mal ein bisschen rum und gucken uns mal ein bisschen was an hier. Kann ich hier nicht rein? Ne, Tür ist zu. Oh, mein Ohr. Oh, Alter. Das schreckt mich doch nicht so. Er steht im Boden. Guck mal, wie er bellt. Er bewegt den Mund gar nicht. Er macht immer das gleiche. Wie heißt du denn? Gallus. Er macht immer das gleiche. Hä? Was ist hier los? Er hat den Ton auch. Scheiße. Warum mache ich das eigentlich hier? Warum habe ich 2 Euro dafür bezahlt, obwohl ich wusste, dass es das schlechteste Spiel aller Zeiten ist? Ja, können wir irgendwas machen? Okay, der Ton ist schon mal weg. Gott sei Dank. Das war ein riesengroßer Bauernhof, ne? Kann ich hier reingehen? Ohne, dass ein Bug kommt? Ne. Tür zu. Einen Brunnen haben wir aber hier. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Also nicht von dem Spiel, aber... Also okay, auch, aber... Allgemein. Was muss ich hier überhaupt machen? Hä? Also ich habe hier ja diese Übersicht. So, wenn ich jetzt auf die Kühe klicke oder so? Weide. Ich würde da gerne auch mal hingehen. Das muss ja da oben irgendwo sein. Und wir können doch bestimmt hier irgendwas machen. Die Musik ist auch sehr speziell. Hier im Spiel. Aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Also... Dafür, dass es so schlecht bewertet wird, hätte ich es noch schlechter eingeschätzt. Aber es geht. Zwar ein bisschen aus wie aus den 90ern das Spiel, aber sonst geht es, ja. Kirche. Ich muss mal beten, dass ich das überstehe. Komm, ich komme gar nicht weiter als hier. Hier schon die Tür. Okay. Gut zu wissen. Was haben wir noch? Ich weiß gar nicht mal, wo ich hier bin. Oha. Es leckt jetzt. Eieiei. Ich glaube, es leckt schon die ganze... Ah, ein Trecker. Komm. Fahren jetzt erstmal Trecker. Hier kann ich Wasser holen. War das gerade ein Schwein? Hier hole ich Wasser. Oh, sorry. Jetzt habe ich Schlucker vor. Ich kriege voll lauter Angst. Ich brauche kein... Alter. Boah. Was ist jetzt los? Das ist ja mega laut. Was ist jetzt los? Wieder rausgekommen? Und aufsteigen. Das ist voll langsam. Das wäre jetzt für Sixty-Mann. Mal drehen und wenden, das ist echt langsam. Ich mach's voll laut. Sorry, Leute. Ich kann dir nichts umstellen, sonst fühlst du das Spiel ab. Ich will hier wieder raus. Raus hier aus dem Auto. Ah, hä? Y steckt man aus? Oh, ey, das ist viel zu laut. Ich hätte euch fast überfahren, ne? Sorry. Keine Absicht. Jetzt auch nicht rein. Oh, ey, oh. Chill. Das ist ja schlimmer als ein Horrorspiel. Was machen die Symbole hier? Wenn wir weg haben, auf die Idee, oh, komm, wir nehmen mal Y zum Aussteigen. Oh, wir können hier hoch. Was ist denn hier? Grasballen. Oh, wir können das mitnehmen. Wer lagert denn hier oben Grasballen? Ich kann das gar nicht weit tragen. Ich bin, glaube ich, voll erschraubt. Ah, dahin geht's nicht. Möchte ich das ja außenrum mitnehmen oder was? Hä? Ich krieg das nicht weiter. Was soll denn der Scheiß? Hä? Ja, oh, die Schweine. Die erschrecken mich. Wir gehen mal runter hier. Was ist hier? Schweinesymbol. Hallo. Oh, hä? Ich hab draufgeklickt. Wo ist es hin? Ah, ich hab's... Hab ich's hier reingemacht? Nee, oder? Hallo. Hm. Dem kann ich nix machen. Aber ich denke mal, es wird Hunger haben. Aber ich hab nix. Nein, woher auch? Ich komme nicht mal raus, ne? Scheiße, ich bin eingesperrt. Hä? Ich komme nicht mal raus. Auf ewig mit dem Schwein in einem Stall jetzt. Drück alle Knöpfe, aber ich kann hier keine Tür öffnen. Was hab ich jetzt gemacht? Ich glaube, Kuh ist irgendwie so ein... Ah, okay. Mit Kuh komme ich immer hier hin. Warum? Wo auch immer. Ja, mein LKW steht da noch. Nee, mal zu den Pferden. Vielleicht kann man da eigentlich was machen. Achso, das sind Kühe. Ja, moin. Wird euch gerne füttern. Oh, Katrin. Wie geht's dir? Oh nein, ich hab verstanden. Hä, wo bin ich jetzt? Falsche Knopfe. Achso, hier wieder. Oh. Okay. Die Kuh ist der Instant-Transport-Teleport. Oh, ey, das ist ein Schwein, ne? So laut. So laut. Ich kann auch gar nicht springen oder so. Das ist jetzt das schlechteste Spiel aller Zeiten, glaube ich. Ich kann da nicht drauf drücken. Was heißen die Symbole hier überhaupt? Check ich gar nix. Komm, mein Geburtstag machen wir jetzt. 29.05. Aber jetzt haben die so lange nichts gegessen, ne? Merkwürdig hier alles. Oh, guck mal, steht immer noch da. Eine Woche lang hast du hier gestanden. Für was? Ich würde ja gerne mal helfen, aber ich komme hier gar nicht rein. Oh, herr, kommts. Scheffin. Boah, die sind laut. Ja, was muss ich hier machen? Keine Ahnung. Was mache ich hier? Ich weiß mit den Symbolen überhaupt nichts anzufangen. Ah, mein Hund wird da. Wält er mich wieder an? Boah. Der verfolgt mich. Rennen wir weg. Was geht hier ab? Ist das eine Falle? Oder irgendwas für ein LKW? Aber das ist mir ein bisschen zu laut. Der Trecker. Dass man auch keine Tür da so öffnen kann. Das ist echt richtig, richtig komisch. Äh, wie sind das Schafen denn da reingekommen? Ich komme da nicht rein. Ist das eine Abkürzung? Oh. Zwillinge. Ich glaube, das steht einfach immer da. Ey, die sind laut, die Tiere, ne? Das ist schon runtergeregelt. Ich muss doch hier irgendwas machen können. Was ist das? Sind wir hier im Shop oder was? Ich will das Ding nicht upgraden. Boah, das... Boah, was ist das denn für ein Ding? Boah, naja, finde ich die zwei aber am besten, oder? Muss das kaufen? Ha. Dach sogar. Ja, oh, wie scheiße. Ne, schnell weg hier. Weißt du nicht, wie ich da hingekomme? Ich glaube, es ist P, ne? Ö, O, L. Ah, mit L. Warum man auch immer mit L in irgendein Shop kommt, aber... Es ist so. Ich lese mir, glaube ich, mal eben kurz die Steuerung durch. Oh, Mann. Ich möchte mal kurz hier diese super tollen Tutorials anmerken. Milchkühe, zack. Stellen Sie die Milchkanne auf das Regal. Geil. Gras verfüttern. Gar nix. Ist das nicht super? Diese Tutorials sind einfach geil. Da weiß ich direkt, wie es funktioniert, das Spiel. Also, wenn ich so ein Tutorial gemacht hätte, würde ich direkt... Geil. Fahren Sie rückwärts an den Misthaufen heran. Er wird automatisch befüllt. Was haben wir noch? Eigentlich wollte ich wissen, wie man die Tiere füllt. Also eigentlich... Hier, guck mal. Stellen Sie vor die Leiter. Schauen Sie einfach nach oben. Drücken Sie W-Taste. Da sind wir schon hochgekommen. Und dann einfach da runterholen. Okay, testen wir. Dann gehen wir jetzt auf die Leiter. Und, äh... Holen Essen runter. Gucken, ob das klappt. Also eben hat es ja nicht sogar geklappt. Ich wollte es ja am besten runterschmeißen. Ja, Moment. Das war schnell. Ich kann damit nicht laufen. Hey, wie läuft... Muss man doch bestimmt irgendwie einsammeln. Kann ich das nicht mitnehmen? Dann muss ich das kaufen oder so. Hier L... Was war es nochmal im Kauf? Eben war L-Kauf, ne? Achso. Jetzt war es O. Merkwürdig. Muss ich bestimmt irgendwie kaufen oder sowas. Ich kann mir immer in diesen Scheißladen hier rein. Ich darf nur nicht Q drücken. Wenn ich wieder am Anfang... Wenn ich das jetzt einfach so hochhebe. Wenn ich jetzt nach vorne gehe. Ah. Und jetzt die Treppe... Und jetzt die Leiter runterfliegen. Zack. Oh, wir haben ja unsere erste Stil gefüttert. Man darfst du nicht zu weit unten halten. Dann ist man direkt am Arsch. Ja, oh. Wir sind gut dabei. Ich bin begeistert. Tadam. Und wie Sie sehen, es passiert nichts. Ein unglaubliches Erfolgserlebnis. Dass wir jetzt immer hier die Treppe hochrennen müssen. Um ein Grasball nach dem anderen in die jeweiligen Futterplätze zu transportieren. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Das ging jetzt aber nicht. Achso, da ist ja so eine imaginäre Wand mal wieder. Man braucht ein paar Anläufe, um eins anzuheben. Aber sonst funktioniert das echt super. Ach, komm! Dann füttern jetzt auch die Schweine. Das geht nicht. Wie, ja, weil oben muss ich das denn halten? Das muss man ja schon fast auf den Kopf tragen. Ja, und schon an die Moe! Für die Tiere! Man kann damit noch nicht mal gescheit rennen. Als ob das so schwer ist, so ein Strohballen. Hier. Mal ist das. Ist das gut? Los! Nehmt! So lange wie es noch geht! So lange wie es noch heiß und fertig ist! Joa, chill! Das ist ja voll brummig! Kann ich hier reinkommen? Komm, was hier alles steht, ey! Okay, Kuh, Bulle, Schaf, Schwein, Pferd, Hase, Hühner. Alles hier drin. Multi-Kulti-Veranstaltung da. Im Rahmen. Nimmst du da mit, glaube ich. Ihr wollt's ja nicht. Dann kriegen sie Schweine. Ich rake mich nochmal vor euch ab und geh da den ganzen Balken hoch und renn nochmal hier rüber. Ey! Komm mit! Und ich werde hier Handstand machen, damit das mitkommt. Und die Schweine. Waren die nicht eben noch hier? Die sind schon tot. Bin doch erst hier eine Woche auf der Farm. Leider echt keine Ahnung, wo ich das hinstellen muss. Es stand ja in den Tutorials nicht. Ihr habt ja gesehen. Die Tutorials sind sehr schlecht. Ich dachte, man wird nur mal so ein bisschen die Knöpfe erklärt oder sowas, aber hier Hundi. Du nimmst doch bestimmt hier so einen Strohball. Es. Kann ich die auch anheben? Ah ne, der backt wieder. Ach, scheiße. Das ist doch sehr viel Spiel. Oh, Leute. Hat irgendwer Hunger auf den Strohballen hier auf der ganzen Farm? Ich hab einen übrig. Komm, wir versuchen nochmal bei Katrin unser Glück. Musst doch irgendeiner hätte so einen Scheiß Strohballen essen. Mal wieder wackelt er, wenn ich hier noch... Ist er weg schon? Hat er gegessen? Ne. Keine Hunger drauf gehabt. Katrin. Hier. Es. Bedien dich. Da möchte er Gras haben. Ach, guck mal. Ich hab's einfach durch die Wand gezogen. Das ist die Abkürzung. Oh, das mitzunehmen ist so ein Horror. Ey. Kommen Sie mit. Oh, Mann. Wie findet ihr das Spiel? Ich kann nicht mehr. Ich glaub, mit dem Bild verabschieden wir uns. Ja, keine Ahnung. Also das Spiel ist echt scheiße. Wie es auch in der Beschreibung steht. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, was ich machen muss. Aber ich hab's gut hinbekommen, glaub ich. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat, ihr mehr sehen wollt. Auch mal ein paar andere Spiele. Dann, äh, ja. Like da lassen. Abo. Danke fürs zu sehen. Und auch dran. Ciao. ui.